Ist der schön, Mann. Der ist schön, oder? Oh, mein Schnarkus, grüß dich! Der ist ja! Hör mal, wir wollten drehen, warum steht dein Auto noch nicht hier? Ganz einfach, weil der viel zu schön ist und ich den gar nicht verkaufen will. Der ist Gelbmann, überleg doch mal die Assoziation. Ich habe den extra für dich besorgt, als Firmendienstwagen. Ist das nicht eine geile Idee? Also, mein Geld ist RAL 1016, das ist nicht mein Geld. Nee, das ist 606 Mercedes, Ahron Gelb. Aber geht in die Richtung. 1016 ist BMW Golf Gelb für 0,2. Ja, nee, 606. Aber, ja, 606, ja. Nee, aber jetzt echt, lass uns noch mal drehen, oder was? Ja, pass auf, weißt du was? Der ist so schön von unten, den müssen wir uns von unten angucken. Den will ich dir auch zeigen. Ja, ja, mach ich den da selber. Ja, genau. Das ist noch eine etwas ältere Hebebühne, die musst du vorher erst noch hochkurbeln. Elektrisch funktioniert da nicht. Die ist noch so, man an manchen Stellen findet man eventuell ein Hakenkreuz. Mag also möglich sein. So aus dem Alter ist die irgendwo. Also, die hat schon wirklich, den Truppen von Moskau, hat die schon wirklich gute Dienste geleistet. Gott sei Dank, sie hat es geschafft. Sie hebt den Benz hoch. Normalerweise ist die nur für, naja, Fiat 500 oder VWG-VWG. Und so ein Benz, der wiegt ja ein bisschen was. Ja, der Benz ist drin, aber ein Torjauja ist nicht zu schwemmig. Wie sagt man so schön, der Benz für den Stenz. Hier schwitzt er ein bisschen am Motor, an der Ölwanne, aber das ist jetzt nicht unbedingt dramatisch. Aber wenn du dir den Unterboden anguckst, gibt es ja wohl nichts zu meckern. Hier, Enes, weißt du, was immer gut gucken muss? Genau. Hier, weißt du, wo du gucken musst, hier, nicht da unten hier musst. Weißt du, warum man hier gucken muss? Wenn die zugeschmiert sind, siehst du oft, noch mal ganz beliebt auch beim 124er, dass du die hier schön, dann sind die ein Stückchen weiter hier drin, zuschmieren. Da weißt du, schon die ganze Schnauze ist neu. Ja, weil das ist auch die Schmachstelle hier, auch unterhalb der Scheinwerfer, die Bleche, die sind auch immer brandgefährlich beim 116er. Wo hast du den denn schon wieder her? Hör mal, der stand so am Wegesrand und ich hab gedacht, hör mal, du bist so schön, ich muss dich mitnehmen. Wo wir jetzt Papiere herkriegen, weiß ich nicht, aber der Wagen ist hier. Nein, das ist wieder natürlich wieder aus Sammlerhand. Irgendwie finden mich die ganzen Sammler, gut, ich kenne die jetzt auch schon, geraume Weile und der möchte sich auch aus Altersgründen so langsam von seinem Bestand trennen. Und ja, da ist dieses Auto also mit dabei. Oh, guck mal hier, der hat nagelneue Schäden, dann ist alles neu gekommen, frisch, frisch, neue. Ja, hinten die ganze Achsgeometrie und so, da ist auch alles neu gemacht worden. Also das ist, finde ich also wirklich hervorragend. Genau das ist das auch. Der hat sich das Auto gekauft und der war schon teilrestauriert. Auto war aus dritter Hand und sensationellerweise, der hat erst 137.000 gelaufen. Läuft auch zuckerzuckersüß. Jetzt kommt noch der Schöne, das Gimmick. Der hat ein Scheckheft bis 105.000. Ja. Bei Mercedes bis 105.000. Ja, das ist ja auch schön. Erstbesitzer war ein Doktor irgendwo in Norddeutschland. Der war natürlich relativ geizig von der Ausstattung her, aber da kommen wir nachher zu. Lass uns mal runterholen. Komm, ich muss mal gucken. Also, Ernest, du kannst gerne mal eben so eine schöne Aufnahme machen von unten. Ich mache mir auch mal ein Bild, weil ich weiß ja nicht, wie das ist. Dann haben wir die ersten Bilder online, das Video und dann schreiben die Leute, Michael, schick mir mal ein Bild von unten. Das ist real. Hast du aufgenommen von unten? Ja, habe ich. Ich habe nämlich gleich noch einen Kunden. Der kommt wegen dem Monat 90. Ich muss nur so ein bisschen Jassen machen heute. So, pass auf. Ich zeige dir was. Ich ziehe an der Entrieblung, dann siehst du, der geht dir nach links normalerweise. Du musst auch mit in die Knie gehen, sonst geht das nicht. In der Entrieblung sind doch alle kaputt. Was? Natürlich, schaffe ich schon. Mach mal. So, habe ich das schön gemacht. Komm, Schlüssel raus. Ich will mal gucken, wo ist der Schlüssel? Hier. Mach. Hier. Dann ist Markus. Markus, sag immer mich. Ich brauche einen Schlüssel. Komm her und wo. Nee, ist nicht da. Willst du ein Auto zeigen? Wo ist der Schlüssel? Markus hat den Schlüssel. Wenn der ja nicht so eine riesen Fachkenntnis von den Autos hätte, mich immer wieder in den Sack steckt, ne? Gut, das ist ein Erschlar, weil er immer einen Schlüssel fort hat. Fürchterlich. Ist genauso, als wenn du immer ein Werkzeug suchen musst. Du hast ja mit dem Schlüssel auch. Gott sei Dank. Aber wir fahren ihn runter, da vorne in das Licht, oder? Ja, sicher. Definitiv. Also ich komme ja da drüber rum als zarte Figur, aber ihr zwei. Na schon. Immer die Ausstattung. Geil, ne? So richtig 70er-Style. Also sag mal ehrlich. Also ich mag dieses Gelb total. Gibt noch ein kräftigeres Gelb. Aber dieses Ahorn-Gelb steht dem einfach. Oh, der ist weg. Das ist ja wirklich toll, wenn du Atem nutzt und nichts, ne? Nein. Auch nicht ausgeglichen von der Sonne. Alles tat los. Interessanterweise, wenn du den jetzt mal ausmachen würdest. Ich will mal in den Reihen gucken, ganz nahe. Mach mal aus. So, was ist das hier? Ja. Interessanterweise. Vergaser. Thema Vergaser. Bei 100.000 überholen. Ja. Bei 100.000 überholen. Das heißt, er arbeitet wirklich so, wie er arbeiten soll. Also, dann heißt es auch nicht, S wie Säufer. In dem Fall steht das S in der Typenbezeichnung auch nicht stellvertretend für Säufer, sondern der Vergaser, wenn der vernünftig eingestellt ist, ist der im Benzinverbraucher durchaus akzeptabel. Interessanterweise ist, dass wir hier einen Doppel-Nockenwellen-Motor haben, mit einem separaten Nockenwellenkasten. Deshalb sind die meistens alle hier am Ansatz vom Nockenwellenkasten undicht, weil es da nämlich gar keine Dichtung zugibt. Und das siehst du, weil viele haben den dann schon mit Kuril zugeschmiert. Da ist dann wirklich so, naja. So, der ist noch wirklich im unbenutzten, tadellosen Zustand. Und jetzt kommt das Lustige, was eigentlich gar keiner weiß, und wo auch gar keiner mit rechnet. Wahrscheinlich weißt du das auch nicht. Hier musst du noch die Ventile einstellen. Ja, hier, ich hätte bei Satt mit einer Schieblinie... Ja, das ist sensationell. Dieses Sechszylindermotor, eigentlich relativ schon in den 70er Jahren schon spät hergestellt, aber du brauchst noch, du musst das wenn Stilspiel kontrollieren und regelmäßig einstellen. Das hört man ganz deutlich, weil dann fängt er an zu rasseln. Dann ist dieses schöne, gleichmäßige, seidenweiche Sechszylinder laufen. Diese Laufkultur ist da nicht gegeben. Die sind relativ frisch eingestellt. Man hört nichts. Aber ich kenne noch von früher, weil das war mein Leben, diese Autos, die 116er. Ich kenne sogar noch von früher die Einstellwerte. 15,25 bei kalten Motor. Und das musstest du so alle, naja, ich sag mal so 20.000, 30.000 musstest du nochmal... Ich müsste mal so eine Lehre mitbringen, dass man dir das nochmal zeigen kann, womit das eingestellt wurde früher, weißt du? Ja. Das wäre mal auch interessant, das kennt ja keiner mehr. Ja, vor allen Dingen auch mit dem Vergaser. Gut, wir haben jetzt hier so ein 4 in 1. Das ist ein bisschen einfache Technik, aber trotz alledem, mit dem Vergaser kennt sich da auch kaum noch einer aus. Die jungen Leute, die suchen heute hier die Anschlussdose, um den Laptop anzuschließen. Ja, findest du leider nicht, ne? So, wir haben also, wie gesagt, Baujahr 77 ist die letzte Modellpflege. Der hat nämlich schon eine Mittelkonsole aus Holz. Und es handelt sich, haben wir ja gerade schon gesagt, sieht man ja auch um einen 280S-Vergasermotor mit Automatikgetriebe, weil das war auch weit fliegt. Serienmäßig kam der mit einem Viergang-Schaltgetriebe. Lackiert in Ahorn-Gelb, sehr skurril, sehr außergewöhnlich, aber irgendwie 70er-Style. Taxi. Ne, Taxi ist heller. Ja, heller, ja. Erste Hand war ein Doktor und der hat sich den wirklich vom Munde abgespart. Also du musstest ja damals bei Mercedes alles, selbst den separaten Handschlag beim Verkauf, musstest du separat bezahlen. Und so ist es auch hier gewesen, jedes einzelne Extra hat richtig Geld gekostet. Und meistens waren die Autos natürlich als S-Klasse, es ist von den Fans die erste richtige S-Klasse, obwohl Mercedes sagt, der 108er wäre schon die erste S-Klasse gewesen. Ja, Zentralverriegelung ist nicht da. Die ist vergessen worden, in Stuttgart einzubauen, die Zentralverriegelung. Aber ich finde diese braun karierten Sitze, ne, die sind mega. Guck mal, das ist so dunkelblau mit braunen Tönen und so. Das ist eine ganz tolle Kombi. Und was auch sehr schön ist, da kriegst du bestimmt heute bei Ebay auch schon eine Menge Geld für. Der hat ja jetzt ein relativ modernes Autoradio drin. Ob der jeweils werksmäßig eins hatte, wage ich fast zu bezweifeln, aus folgendem Grunde. Der hat hinten keine Lautsprecher, wenn, dann hat er nur vorne Lautsprecher hier im Amaturenbrett. Aber jetzt kommt das Gimmick, was eigentlich gar keiner mehr hat. Und ich finde das eigentlich schön. Ich würde fast das Radio ausbauen. Ach nein. Leute, wisst ihr, was das ist? Das ist relativ simpel. Wenn der Wagen neu ausgeliefert ist und wird ohne Radio bestellt, ist diese Blende über dem Radioschacht. Wie geil. Schön. Also ich werde... Ja, und vor allem in dem Zustand. Das ist wie ein Laden neu. Das ist wie ein Laden neu. Also wenn jetzt nicht meine Grabbelfinger da drauf wären, könnte man sagen, das ist gerade erst hergestellt worden. Und das hat mit Sicherheit so gut wie gar keiner mehr. Aber da habe ich ja gedacht, das wäre noch manuell. Das ist ja sogar elektrisch. Bei der S-Klasse ging es nur elektrisch. Ja? Bei der S-Klasse konntest du es nur elektrisch bestellen. Hat um 1000 Mark gekostet, Aufpreis. Es gab nicht manuell bei der S-Klasse. Manuell ging es nicht. Bei dem Stich 8er und beim 123er, ja. Aber bei der S-Klasse hat Mercedes gesagt, wenn dann elektrisch oder Klimaanlage. Ja, wenn wir gerade bei den Features sind, dann ist der relativ überschaubar ausgestattet. Das Automatikgetriebe war aufpreispflichtig. Seltenerweise und komplett normalerweise sinnlos hat der ein Drehzahlmesser. Wozu brauchst du beim Automatik ein Drehzahlmesser? Normalerweise würde da nämlich anstelle des Drehzahlmessers eine riesige Quarzuhr prangern. Aber so ist da der Drehzahlmesser. Das ist eine kleine Quarzuhr und dann kommt, ne? Ja, und dann hat er das elektrische Stahlschiebedach als extra. Und ich weiß nicht genau, ob es damals schon aufpreispflichtig war, die Wurte. Okay. Es mag sein, dass die... Das ist ja hier Heckheizung. Das ist die Heckscheibenheizung. Die ist aber bei Mercedes-Serie gewesen. Aber, aber was du noch bezahlen musstest, was du noch bezahlen musstest, der zweite Außenspiegel, die Formbeleuchtung. Ah, na, hör mal, super. Die Rückleuchte hin. Jetzt sehe ich es erst. Der hat Leseleuchten hinten. Also das ist wirklich in der Kombination wirklich äußerst selten. Denn auch wie gesagt, die waren... Nein, nein, die gehen nur separat einzeln schaltbar von der jeweiligen Leuchte aus. Auch selten. Ja, mega selten. Mega selten. Gerade in der spartanisch ausgestatteten Variante. Drehzahmesser und Leseleuchten hinten. Also das ist sensationell. Und natürlich Mittelarmlehne vorne. Ja, vielleicht hat er ja Doktor Kinder damit, die während der Fahrt lesen konnten oder so. Keine Ahnung. Ja, das war ja... Was hast du da? Ein Serviceheft noch drin? Das Serviceheft habe ich schon rausgenommen. Das ist bei den Akten. Hier ist nur noch die originale Bedienungsanleitung und alle Unterlagen, die man so seitens Mercedes eben hat, bekommt, Werkstatt haben. Schön. Also das ist komplett vorhanden. Serviceheft ist bei uns in der Akte im Büro vom Fahrzeug. Interessanterweise... Ach, guck mal, ein Cent. Der Glückscent, der muss im Auto bleiben. Ich wollte den auch schon haben. Ich denke mir, hör mal, schönes Trinkgeld. Aber dann dachte ich mir, der soll dem nächsten Käufer wieder Glück bringen. Ob die mal nachträglich reingekommen ist? Es macht den Eindruck. Die sieht ja dunkler aus. Ich habe eher das Gefühl, als dass die neu bezogen wurde. Das könnte auch sein. Aus dem einfachen Grunde, normalerweise wäre die auch außen mit Kunstleder und in der Mitte mit kariertem Stoff bezogen. Ja, und die ist ja sogar... Guck mal, die hat hier einen Reißverschluss, wie ich das fühle. Das haben die alle. Das haben die alle. Diese ist mir noch nie aufgefallen. Und ich glaube ganz einfach, hier sammelt sich viel Schweiß. Dann gibt es böse Flecken, selbst bei geringen Kilometern. Wenn du die Hand oder den Arm oft da draufsachst, hast du hier immer relativ doofe Schweißflecken. Und dann kann möglich sein, dass der letzte Besitzer oder wer auch immer das hat neu beziehen lassen, weil es einfach schöner aussieht. Die sind ja wirklich tadellos. Die sind nicht durchgesessen, da hat keine schwere Person drin gesessen. Die haben keinerlei Beschädigungen, nichts überhaupt, gar nichts. Also man sieht ja eine ganz kleine Macke da in dem Fensterkurbel. Da ist der Verkleinung. Ja, der Verkleinung. gab es in der 280er und in der 350er Variante ein Sonderzubehör. Das nannte sich gehobene Ausstattung. Gehobene Ausstattung hatte folgenden Aspekt. Die hatten andere Türverkleidung, wenn du dich erinnerst. Die waren anders, weitaus breiter ausgeprägt, dass du hier sogar den Arm drauf nehmen konntest und hatten gerade hinten den Aschenbecher unten in dieser Verkleidung mit integriert. Und diese gehobene Ausstattung hat tatsächlich Geld gekostet. Und da hat der Herr Doktor sich gedacht, das brauchen wir doch nicht. Türverkleidung ist Türverkleidung. Aber man muss ja auch immer wieder sagen, wenn ich so ein Auto sehe, Ja, das war doch früher so. Man gönnte sich eine S-Klasse. Und wenn der Herr Doktor in einer S-Klasse kam, dann interessierte das nicht, ob der elektrische Fensterheber hatte, ob der eine Klimaanlage hatte, ob der, was weiß ich, eine Leseleuchte hatte. Das hat ja keinen interessiert, weil der Herr Doktor hatte eine S-Klasse. Das durfte sozusagen 280S sein, also praktisch ein Einstiegsmodell. Weil die Palette, diese S-Klasse, geht ja bis zum 450SEL 6,9 Liter. So, und da gibt es den 350SE, SEL, da gibt es den 450er. Also die haben ja eine Modellpalette, die ist ja Wahnsinn. Und dann gibt es aber nicht mit dem Vergasermotor, ab Einspritzer, also selbst als Sechszylinder-Einspritzer 280SE, gibt es die L-Version. Die ist dann dementsprechend nochmal 10 Zentimeter länger. Ich habe halt die Punkte, hier fehlt der Teppich. Das ist ja mal selten. Jo, der Teppich ist weg. Aber ist ja auch kein Abbruch, ne? Also du kriegst die ja noch, ähm, Teppich ist mal nicht da. Ein altes Reservorat drin. Das sieht alles vernünftig aus. Schön ist natürlich auch, sag ich mal, ähm, ja, das ist alles aufgeräumt ohne Flecken, ohne irgendwelche Beschädigungen. Ähm, man sieht halt wirklich, dass der in liebevoller Hand war. Natürlich, wie gesagt, der ist teilrestauriert. Also da hat sich schon mal einer Mühe mitgegeben. Aber nichtsdestotrotz ist der vom Gesamteindruck... Allein, wenn ich jetzt hier mal reinschaue, jetzt schau dir mal das an. Weil das ist meistens alles verdreckt und vergammelt da drin, weil da keiner putzt oder sauber macht. Und das macht doch einen ordentlichen Eindruck. Ich meine, wir haben das Auto ja wie immer nicht sauber machen lassen. Aber das kann man dem nächsten Kunden, dem Interessenten, präsentieren. Das ist durchaus gepflegt, ne? Wichtig bei dem Modell, die Türen unten, die Unterkanten und die sind rostfrei. Ganz, ganz entscheidend. Ja, das ist ja auch eine Krankheit bei denen. Ja. Also die konnten schon ganz gut gammeln. In den ersten Jahren und in den letzten Jahren konnten die sehr, sehr gut diese gammeln. Ja, der Udo will sich das auch angucken. Ja, ist ja auch vernünftig. Ja, ist ja wie der Vater so oder so. Auch das Rathaus, die Rathäuser. Und ich finde eigentlich sehr schön jetzt in der Zwischenzeit. Früher habe ich auch anders gedacht. Also am besten gefällt mir ja diese Innenaustattung, muss ich dir sagen. Die ist so schön, diese Farbkombi. Die ist so elegant, finde ich das. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit Schwarz besser wäre. Nee. Das ist ja viel wärmer, viel weicher. Das Schwarz ist so hart. Dieses Braune hat also so ein gewisses Flair. Und dann finde ich auch wieder schön das Braun. Man sieht das hier. Hier haben die früher nochmal was drüberliegen gehabt an Schutzmatten. Hier waren sie nicht. Da siehst du nämlich, ist das Braun durch die Sonne ein bisschen grünlich geworden. Aber hier an den Ecken, wo die Türen waren und hier unten kann man sehen, da waren Matten drauf und hier kam die Sonne nicht dran. Da ist es natürlich dann dieser, der Brauton, das gefällt mir schon sehr gut. Und das war doch schon Viergangautomatik, oder? Das war eine Viergang. Ja, 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 ja. Der ist, der ist im zweiten Gang, ist der angefahren. Schön. Im zweiten Gang. Ja, aber das waren die ersten, also die 280er hatten die Viergang, die 350er und 450er hatten die Dreigangautomatik. Aber die interessanteste Kombination fand ich in der Baureihe der 350er Motor mit dem Viergang Schaltgetriebe. Da war also auch selbst beim 350er die Automatik aufpreispflichtig und der hatte natürlich ein ordentliches Drehmoment als Schalter. Hat irre, irre, irre viel Spaß gemacht. Und, jetzt auch interessanterweise, weil ich hatte es ja irgendwie zu den Zeiten alle, weil ich die da gerade zu den Zeiten verkauft habe, diese Autos gab es bis 79, 1980, gab es die auch mit Lenkradautomatik. Ja, haben wir auch mal einen gehabt. Ja, kann ich mich daran erinnern. Also, das ist ganz skurril mit Lenkradautomatik, weil dann so vom Optischen her fehlt dir einfach in der Mitte der Schalthebel. Also, das geht raus, sondern hier und da, da ist so eine Wirkenblüte drauf, damit man einen falschen Eindruck bekommt. Also, Markus, schönes Auto, was mir gut gefällt, ganz klassisch, Stahlfelge mit Radkappe. Sehr schön. Genau. Also, wirklich ist so Einstiegsklasse, S-Klasse in W116 in einem super Zustand im Anbetracht der vielen Jahre. Das muss man auch mal wieder sehen. Also, Lackierung ist gut. Ist mal nachlackiert worden. Ja, ja, natürlich, der ist mal nachlackiert worden. Aber jetzt, bevor ich vergesse, wir haben die ganze Zeit zwar über das Auto philosophiert und uns auch sehr nett unterhalten und ausgetauscht, aber wir haben unsere Zuschauer vergessen. Und ich habe ja nun mal in der letzten Zeit festgestellt, ihr reagiert ja wirklich auf unsere Fragen und das ist wirklich top. Also, mag ich, mag ich mega, dass ihr da reagiert. Lese ich mir auch alles durch, finde ich mega geil. Wir könnten eine Frage auch zum 116er stellen. Das ist natürlich die Zeit zum Auflösen ein bisschen knapp. Der 6,9 Liter. Ist das Topmodell, damals 1975, das ehemals beste Auto der Welt laut Automotorsport? Wenn man sich den Motorraum anguckt, könnte es ja auch ein 450er sein. Aber woran erkenne ich, dass der 6,9er tatsächlich ein 6,9er ist? Bin gespannt. Ich würde das nicht jetzt im Video auflösen. Ich würde es diesmal drunter schreiben. Erstmal die Leute schreiben lassen und dann lösen wir es auf. Auch eine coole Idee. Genau so machen wir es. Schreibt bitte und wir antworten. Wie gesagt, woran erkenne ich vom optischen Direkt her, dass der 6,9er tatsächlich ein echter 6,9er ist und nicht nur das Emblem dran geklebt ist? Vom 260er Tacho rede ich in dem Fall nicht. Sondern wirklich, wenn ich in den Motorraum reinschaue, gibt es ein ganz eindeutiges Indiz. Bin gespannt. Ja, Markus, dann weiß ich schon wieder alles. Du, wievielte Hand haben wir das gesagt? Der ist vierte Hand. Vierte Hand. Vierte Hand. Vierte Hand. 137.000 gelaufen. 107.000, nachvollziehbar. Checkheft vorhanden. Bis Checkheft bis 105.000, einwandfrei gepflegt. Richtig. TÜV-Berichte. TÜV-Berichte hat er jetzt aktuell im Juni bekommen, ist auch da ohne Mängel rüber. Es gibt noch ein Klassik-Data-Wertgutachten, da legen wir auch immer Wert drauf. Zustand 2+, erwähnenswert 2+. Und, ja gut, das ist ein paar Tage älter, aber das spielt ja keine Rolle. Das hat ja an dem Zustand nicht viel verändert, im Gegenteil. Im Gegenteil, der Wert ist gestiegen. Genau, dadurch, dass man ja gesehen hat, viel an den Achsen und dem Unterboden wurde einiges noch erneuert. Ja, und auch von der Zahl, wann das erstellt wird, bis zu den Jahren wieder sind. Man sieht das ja, wenn ein gut 28, 23 Jahre alt ist, zack, oftmals sind die Preise schon gestiegen. Die Preise haben sich deutlich geändert, gerade im 116er-Bereich. Während vor einigen Jahren gute Fahrzeuge noch für 10.000, 12.000 Euro zu kriegen waren, hat sich die Spanne jetzt schon bis auf 20.000 ausgedeckt. Wo liegt so ein Auto heute? Ich würde denken, dass wir da knapp 17.000, 18.000 Euro für verlangen müssten. Das ist aber auch wert, weil, wie gesagt, Scheckheft und 137.000 Kilometer. Schön. Automatikgetriebe ist gespült worden, ist mit Getriebeöl, also mit Getriebeöl versehen worden, mit Filter versehen worden. Ventile sind eingestellt, Vergaser überholt. Also ich kann garantieren, derjenige, der den Wagen kauft, der hat da noch ewig Spaß dran, ohne direkt erstmal ins Portemonnaie greifen zu müssen. Und von einer Karosse, der spricht für sich selber, also da hast du keinerlei Handlungsbedarf. Also Farbkommik finde ich klasse, ja, und man sieht auch... Gut schafft, komm schreien. Ja Leute, wir sind mitten im Drehen. Gerade so seltene Farbkombinationen, die sorgen dafür, dass so ein Auto steigt im Wert. Also man spricht bei Mercedes oder bei Mercedes-Fans von Fehlfarben, weil die halt ganz selten bestellt wurden und manchmal auch unter Umständen Augenkrebs verursachen können. Denn da gibt es noch viel, viel krassere Farben als jetzt dieses Ahorngelb, das ist ja noch relativ seicht. Aber man kann wirklich davon ausgehen, so eine Fehlfarbe bringt dir immer ein paar Euro mehr im Endeffekt, wenn der Wagen älter wird. Markus, was ich gut finde noch, wollte ich nochmal darauf... Hier hinten habe ich gesehen, da sieht man, hier hinten drauf ist die Farbe von der Rücksitzbank verblichen. Nach unten hin wieder wie neu und das vorne auch. Daran sieht man halt auch, dass das noch eine Originale ist und dass es nicht ja neu gepolstert ist oder irgendwo ausgetauscht worden ist. Viele Sehende achten da nicht drauf oder so. Also hier sieht man auch, dass der Teppich, der ist grün, der war mal braun wie vorne. Also wenn man hier in den Bodenraum reinläuft, dann siehst du, wie dunkel der war und genauso wie Sitze. Hier sind wir sehr ausgeblichen und das Gleiche habe ich ja hier vorne im Fußraum, war auch unten das braun, oben wird es was heller. Daraus sieht man immer, dass das auch noch alles Original ist. Das ist auch immer wieder schön. Wobei ich mir auch sagen möchte, dieses Ausgeblichene, da kannst du gar nichts gegen machen, wenn der einfach länger mal in der Sonne steht. Und das ist noch so im Rahmen, also das ist durchaus noch akzeptabel. Genau. Ich finde es sogar gut, weil man sieht, dass es noch Original ist. Genau. Und nicht einer hat irgendwas neu beledern oder besatteln lassen. Ja, das kann ja wieder. Man sieht dann, dass das noch die erste Ausstattung mit Patina, mit Lebenszeit ist. Und wenn ich mir dann den Fahrersitz anschaue bei so einem Auto und sehe am Fahrersitz, die ganze Wange, die ist noch wirklich toll. Die ist wirklich in super Zustand und auch hier sieht man keine Armauflagen oder von der Uhr irgendwie Kratzer oder Macken drin. Das finde ich immer schon alles. Wenn du dir alleine jetzt nur, sage ich mal, das Lenkrad anschaust, das ist noch richtig schön, wie es neu war, perforiert. Da ist nichts abgegriffen. Noch nicht glatt, genau. Genau, auch der Automatikhebel, der hat ja auch eine kleine Struktur. Ja, richtig. Die ist auch noch voll und ganz gegeben. Das Einzige, was man verändert hat, die Schaltkulisse, die ist von dem älteren Modell, weil die gibt es normalerweise in der Art und Weise nicht in Chrom, sondern die ist normalerweise schwarz. Ja. Aber da fand einer halt so ein bisschen etwas Älteres schöner. Aber ansonsten vom Armaturenbrett, vom Interieur, vom Himmel her, wirklich tadellos. Markus, ich sage wieder Danke. Du hast uns ein tolles Auto gezeigt, vorgestellt, mit deinem Wissen geglänzt. Und jetzt will ich von euch wissen, ob ihr das mit dem 6.9er wisst. Und wenn ihr das wisst, schreibt es unten drunter. Noch besser ist, wenn ihr uns ein Like da lagt und viel besser, wenn ihr uns abonniert und eine Glocke drückt. Wir freuen uns auf euch. Danke, dass ihr dabei seid. Im Namen der Firma Jens Classic sage ich Michael Kampstein. Danke und auf Wiedersehen und übergibt das letzte Wort an Machen. Und ich darf noch sagen, ich fände es auch geil, wenn wir uns mal besucht. Und jetzt kommt noch was, hat der Michael ganz vergessen zu sagen. Am 3.10. haben wir ein richtig, richtig geiles, schönes, privates Oldtimer-Treffen am Stöffelpark. Genau, in Enspel, in Enspel auf dem Stöffelpark-Gelände. Der komplette Stöffelpark, den haben wir gepachtet. Der Besuchereintritt, 2 Euro pro Person, geht zugunsten des Stöffelpark-Vereins. Die behalten nicht wir selber, sondern die werden gespendet. Und der Parkplatzgebühr für die Einfahrt der Oldtimer sind 10 Euro. Die gehen für die Organisation quasi und für den Aufbau und für alles Mögliche an uns. Letztes Jahr, kann man noch kurz sagen, hatten wir 614 Fahrzeuge und einige tausend Besucher. Wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich auch wieder den Stöffelpark diesen unterstützt. Letztes Jahr haben wir das Ahrtal unterstützt, dies Jahr den Stöffelpark. Was wichtig ist, wir beide sind natürlich auch vor Ort. Das heißt also, ihr könnt uns anquatschen, ihr könnt uns beschimpfen, ihr könnt uns verhauen, ihr könnt uns Tipps geben. Ihr könnt alles machen, ihr könnt uns auch anfassen. Wir sind zu allem bereit, wenn ihr kommt und habt Bock auf uns. Wir haben Bock auf euch. So bleibt es, mag es niemand. Bis bald. Der fährt schon raus, ich kann nichts mehr sagen. Ciao. Ciao.